In diesem Video geht es heute zu 100% um den Ranger Raptor. Und warum dieser Pickup der beliebteste von allen ist, das zeige ich euch jetzt. Das erste Highlight ist hier schon mal die bullige Front. Wir haben hier eine Breite von über 2 Metern. Das sind mehr als 15 Zentimeter im Vergleich zu den restlichen Modellen. Wir haben einen Raptor Grill mit dem Fortschriftzug anstatt der Pflaume. Bi-Xenon-Scheinwerfer, matt-schwarz hinterlegt. Wir haben dann auch hier nochmal LED-Nebelscheinwerfer. Und hier unten haben wir einen massiven Unterfahrschutz. Wenn ihr im Gelände unterwegs seid, ist euer Motor bestens geschützt. Und apropos Motor, da gucken wir jetzt mal rein. Hier gibt es eine Motorisierung, und zwar den 2 Liter EcoBlue Biturbo Dieselmotor. Mit 213 PS und einem maximalen Drehmoment von 500 Newtonmeter. Wir haben diesen Motor in Verbindung mit einem Automatikgetriebe und dem zuschaltbaren Allradantrieb. Den Ranger Raptor erhaltet ihr bei uns in 5 verschiedenen Farben. Blau, Grau, Weiß, Schwarz und diesem Sexy Rot. Und wenn ihr euren raussuchen wollt, dann geht einfach auf ford-kögler.de slash ranger. Schauen wir uns nun die nächsten Highlights an. Das Fahrwerk und die Bereifung. Beim Ranger Raptor haben wir 17 Zoll Alufelgen in schwarz mit grobstolligen All-Terrar-Reifen. Da kommt ihr durch jedes Gelände. Das Fahrwerk ist vom Motorsport inspiriert. Ein Fox-Fahrwerk für anspruchsvolle Geländefahrten. Dann haben wir vorne, so wie hinten, nochmal Kotflügelverbreiterung für einen noch mächtigeren Auftritt des Ranger Raptors. Und die Bremsen hinten sind dann sogar Scheibenbremsen. Nicht so wie bei den anderen Modellen als Trommelbremsen. Bevor wir uns jetzt die Karosserie des Ford Ranger Raptors anschauen, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt unten in die Kommentare, was euch an diesem Auto besonders gefällt oder vielleicht auch nicht. Wir haben beim Ranger Raptor ausschließlich eine Doppelkabine mit einer Gesamtlänge von knapp 5,50 Meter inklusive der Anhängerkupplung. Wir haben hier an der Seite schön massive Trittbretter verbaut. Auf der Ladefläche haben wir dann einen Sportbügel mit integrierten Leuchten. Und hier hinten an der Stoßstange haben wir dann Parksensoren in Verbindung mit einer Rückfahrkamera. Und wie diese Rückfahrkamera aussieht, zeigen wir euch später nochmal im Innenraum. Hier am Heck des Ranger Raptors haben wir eine Anhängerkupplung mit zweieinhalb Tonnen Anhängelast verbaut. Wir haben Ösen zum Abschleppen. Die sind sehr massiv auf beiden Seiten. Dann haben wir die Rückleuchten auch wieder dunkel gehalten. In der Heckklappe haben wir wieder eine Feder mit verbaut für ein leichtes Herablassen. Serienmäßig gibt es beim Ranger Raptor das Mountaintop-Rollo. Dann haben wir eine beschichtete Ladefläche. Die Standard-Ferturösen und auch wieder ein 12-Volt-Anschluss. Die Gepäckträger hier oben könnt ihr dann einfach lockern, nach eurem Belieben verschieben oder auch komplett herunternehmen. Und natürlich habt ihr beim Ranger Raptor auch wieder hier euren Kaffeebecherhalter und den fürs Feierabendbier. Und jetzt knallt es nochmal richtig. Wir schauen uns den Ranger Raptor von innen an. Beim Einsteigen springt euch als allererstes das Ford Performance Logo an. Und um Performance, Sportlichkeit und Komfort geht es hier im Innenraum. Wir haben Leder, Wildleder, Sitze mit dem Raptor-Aufzug. Die Ziernähte sind in blau gehalten. Die Vordersitze sind sogar achtfach elektrisch verstellbar. Am Armaturenbrett, das mit Leder überzogen ist, haben wir auch wieder die blauen Ziernähte. Und das Sportlenkrad mit den Schaltwippen für einen manuellen sportlichen Gangwechsel ist mit perforiertem Leder auch wieder den blauen Ziernähten und einem Raptor-Schriftzug. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Assistenzsystemen. Wir haben eine Rückfahrkamera, die euch beim Parken und Anhängerfahren unterstützt. Wir haben hier das Ford Sync 3 mit Touch-Display. Dann haben wir eine Klimaautomatik mit Sitzheizung, Frontscheibenheizung. Wir haben hier zweimal 12 Volt Anschlüsse und USB-Anschlüsse. Dann gibt es die Differenzialsperre, den Bergabfahrassistent und den zuschaltbaren Allradantrieb. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr das im Gelände einsetzt, dann schreibt gerne das mal unten in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu den Assistenzsystemen hier vorne am Lenkrad. Wir haben hier die Geschwindigkeitsregelanlage. Wir haben am Blinker nochmal den Spurhalteassistent, den wir ein- und ausschalten können. Dann haben wir natürlich ein Multifunktionslenkrad, auch für die Lautstärke. Und hier können wir dann im Display auswählen, welchen Modi wir wählen. Also es gibt verschiedene Geländemodis von Normal über Sport, Gras, Kies, Schnee, Schlamm und Sand. Hier wird dann auch schon der Allrad dazu geschaltet. Dann haben wir nochmal den Bayer-Modus und Geröll. Das heißt also, ihr seid mit dem Ranger Raptor für jeden Fall gut ausgestattet. Hier im Fond beim Ranger Raptor habt ihr genügend Beinfreiheit, auch Kopffreiheit habt ihr hier. Und hier sehen wir nochmal den schwarzen Himmel, der auch die Sportlichkeit des Fahrzeugs unterstreicht. Und für den Komfort gibt es dann nochmal eine Armlehne mit Getränkehalter. Wir haben dann hier nochmal einen 12 Volt und einen 230 Volt Steckdose. Das heißt auch hier hinten im Ranger Raptor bleiben keine Wünsche offen. Was sind eure Highlights zum Ford Ranger Raptor? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Denn da findet ihr noch mehr Infos und Videos rund um das Thema Ranger. Fazit, unsere Kunden lieben den Ranger Raptor. Er ist die perfekte Kombination aus sportlichem Aussehen und Arbeitstier. In den nächsten Videos werde ich euch nochmal genaueres zeigen zu den Assistenzsystemen und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, euer Dustin.